Komm mal, hörst du mich? Gib mal. Verdammt. Was ist ein Casting? Reinhold M. aus Südtirol behauptet, beim Casting handelt es sich um die illegale Grenzüberquerung aus der Schweiz über den hohen Kasten nach Liechtenstein. Ja? Besser hätte ich es an dieser Stelle ausdrücken können. Nein, natürlich nicht. Casting ist folgendes. Ihr kennt sicher die Filme mit dem schwarzen Kunstladensofa. Nein, Casting ist nichts anderes als eine Art Vorstellungsgespräche von Schauspielerinnen oder Statisten oder Schauspielern. Alles dazwischen und drüber aus. Und es geht eigentlich darum, die richtige Person zu finden für die entsprechende Rolle. Das haben wir z.B. in diesem Video nicht gemacht, wenn ihr gerade merkt. Ah, das kommt gut. Haben sie zwei getroffen? Eben nicht.